Die Firmung ist mir in dem Sinne ganz wichtig, weil ich auch die Kommunion gemacht habe und ich finde es einfach gehört zum Leben dazu, um den Glauben zu erneuern. Die Firmung bedeutet meine Weiterbildung der Kirche, also dass ich halt weiter nach der Kommunion was gemacht habe für die Kirche, für mich selbst und auch für die Zukunft, zum Beispiel für die Heirat, dass ich Kirche nicht auch heiraten kann. Man hilft mir über den Heiligen Geist auch noch mit erfährt, über seine Stärken. Dass ich mit den Freunden etwas unternehmen kann und auch mit den Freunden für den Glauben zu stehen, das heißt, dass wir alle quasi den selben Glauben haben.